Ich heiße Christiane Koch, ich bin 50 Jahre alt und kandidiere für den Ortsteil Lippling. Hier wohnen wir schon seit vielen Jahren mit unserer Familie und fühlen uns sehr wohl. Unser Sohn ist gerade 18 Jahre alt geworden, hat sein Abitur am Gymnasium Dellbrück gemacht. Das war eine sehr spannende Zeit und unsere Tochter ist jetzt 15 Jahre alt und wird demnächst auch ihr Abitur am Gymnasium Dellbrück ablegen. In meiner Freizeit bewege ich mich gerne in der Natur. Ich gehe gerne walken mit einer Freundin oder ich gehe auch gerne joggen. Dabei kann ich einfach mich entspannen, die Seele baumeln lassen und über verschiedene Dinge nachdenken. Seit drei Jahren haben wir ein neues Familienmitglied, unseren Hund Lola. Mit der gehen wir auch regelmäßig spazieren und haben viel Spaß mit ihr. Ich kandidiere das erste Mal für die CDU für den Stadtrat Dellbrück, weil ich gerne die Interessen von Frauen und Familien in der Politik vertreten möchte.